Der SC Pfohlendorf spielte 1 zu 1 gegen den FC Waldkirch. Das Spiel wird gesponsert von der Körperwerkstatt Pfohlendorf. Erst in der zweiten Halbzeit fiel das erste Tor. Felix Waldraff war es, der nach diesem tollen Zuspiel den SC Pfohlendorf mit 1 zu 0 in Triumph hatte. Am Ende riecht der FC Waldkirch aus und Batty mit 1 zu 1 aus. Endlich! Gut, Wänke!